Nein, natürlich nicht. Wir haben so ein Luxusschiff, das hinten im Kielwasser vom großen Schiff mitfährt und abends kommt da ein Hubschrauber, der holt dann die Crewmitglieder ab und bringt die dann aufs Schiff, wo wir dann die Nacht verbringen. Nein, natürlich nicht. Wir schlafen auch an Bord, gar keine Frage. Wir haben unseren eigenen Crewbereich. Also wenn Sie auf einem Kreuzfahrtschiff schon mal waren, dann sehen Sie ja diese Crew-Only-Türen und dahinter ist eben so ein eigener Mikrokosmos. Und auf Deck 2 und 3, das sind die Crewkabinen, das sind Doppelkabinen oder Einzelkabinen und da ist Platz eigentlich für alles, was wichtig ist. Ein Bett, ein Fernseher, ein Regal ist drin, ein Schreibtisch, einen Schrank, ein kleines Badezimmer mit Dusche, mit WC und einem Waschbecken, ich habe noch einen Whirlpool und ansonsten alles, was man so braucht. Reicht Dicke, ist genug Platz.